Wir alle verbringen mittlerweile mehrere Stunden des Tages vor dem Mobiltelefon. Acht bis zehn sind es durchschnittlich bei den Deutschen. Dass auf dem Phone natürlich wir gesteuert werden durch Apps, ist jetzt nichts Neues. Aber ich wollte einfach mal wissen, wie funktioniert eigentlich die Technologie dahinter? Ich erinnere mich an einen Beitrag von Jan Böhmermann, wo er über Mikrotransaktionen gesprochen hat. Und auch ich habe ja dieses Jahr meine eigene App schon rausgebracht. Deshalb geht es für mich für diese Folge nach Karlsruhe zu dem lieben Kai, der auch einen eigenen YouTube-Kanal hat. Und auch mittlerweile sogar einen eigenen Podcast, weil ich von ihm einfach mal hören will, wie ist einfach die Technik dahinter? Wie steuern uns die Apps? Und kann er eigentlich wirklich so gut damit leben, dass er, sage ich mal, uns manipuliert? Beziehungsweise, was kann man eigentlich dagegen machen? Viel Spaß an dieser Stelle mit der Podcast-Folge. Wie funktionieren Apps? Wie steuern sie uns? Wie manipulieren sie uns? Mit jemandem, der das seit vielen, vielen Jahren macht und tatsächlich auch schon Apps wirklich im Multimillionen-Bereich aufgebaut hat. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt trotzdem hier noch einen Kaffee, dann geht's rüber und euch viel Spaß mit der Folge. So, und jetzt sitze ich hier mit dem lieben Kai von Jamit Labs. Er ist der Inhaber. Kai, vielleicht kannst du den Leuten mal ganz kurz sagen, du hast selber eine App-Schmiede hier in Karlsruhe. Wirklich gerade schon ein bisschen durchs Office gegangen. Unglaublich inspirierend über drei Ebenen. Wie viele Leute sitzen hier? Wie lange machst du das schon? Und warum eigentlich Apps? Also was ist so das, was dich da dran so triggert? Ja, kann ich gerne erzählen. Also wir sind 2014 hier mit der GmbH gestartet. Es ging auch schon ein paar Jahre vorher so nebenbei los. Ich habe mal Optiker gelernt, so in quasi früheren Leben, wie ich heute so sage. Und mich hat eigentlich so Technik schon immer irgendwie total begeistert. Wir haben in der Jugend quasi viele LAN-Partys unter anderem veranstaltet. Und da hatte ich auch sehr viele ITler eben kennengelernt. Und als so das erste iPhone rauskam, war für mich irgendwie klar so, das könnte spannend sein, da drauf mal Apps zu machen. Ich hatte in der Optik schon sehr gute Connections zum Beispiel zu Zeiss. Und habe dann im Grunde eine Idee gehabt, die wir umsetzen wollten. Ich habe dann eben einen der ITler, die ich eben aus der LAN-Party-Zeit kannte, angehauen und gefragt, ob er das irgendwie vielleicht mal lernen möchte oder das kann. Und der meinte ja vorher, komm, lass uns das machen. Und dann ging das irgendwie halt so nebenbei, ohne Garage, so wie Steve Jobs los, sondern halt irgendwie vom Sofa. Und ich habe das dann an Zeiss verkauft. Wir haben da entwickelt, das war ganz frühe Zeit, war sehr, sehr wilde Geschichten, die wir da eben hatten. Und dann haben wir irgendwann mal eine Weile lang überlegt, ob wir uns jetzt einen Angestellten leisten konnten. Glaube ich ein halbes Jahr hin und her überlegt. Und dann haben wir den eingestellt und sukzessive halt eben die Leute in die Projekte reinverkauft. Und ja, so kam es dann sukzessive, dass wir jetzt mittlerweile 50 Leute hier sind am Standort, eben auch ordentlich Fläche belegen. Auch wenn mit Homeoffice-Möglichkeit halt eben gar nicht alle vor Ort sind, das ist immer ein bisschen rollierend. Aber haben ja wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Büro, in dem man halt eben sehr, sehr geil auch arbeiten kann. Jetzt hast du, finde ich, super spannend, in den letzten Jahren natürlich viel mitbekommen. Es sind immer neue Apps rausgekommen. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, letzte Woche mein Handy eingerichtet. Neue iPhone kam endlich an, hat irgendwie ewig gedauert. Also war diesmal mega der Struggle. Habe ich auch in meiner Insta-Story erzählt gehabt, dass ich dachte kurzzeitig wirklich, dass ich gescammt worden wäre. Weil momentan gibt es ja viel diese Phishing-Anrufe und so. Aber ich ein sehr, sehr merkwürdiges Gespräch mit so einem Mitarbeiter hatte. Auf jeden Fall kam es jetzt und ich habe mich diesmal bewusst dazu entschieden, nicht die Apps zu übertragen. Also normalerweise bin ich jemand, der immer einfach den Button drückt, so hey, Apps übertragen. Und ich habe mal drauf geschaut auf mein altes Handy und da sind mittlerweile fünf Seiten voller Apps gewesen. Und dann geht man die Apps wirklich mal so durch. Man hat ja meistens so die erste, zweite Seite, die man irgendwie benutzt. Und ich bin mal so auf Seite drei, vier gewesen. Da waren so Apps, ey, da habe ich ja nie wieder reingeguckt gehabt. Die hat man irgendwie mal so runtergeladen, keine Ahnung. Dann war es mal hier in der Aktion und hier ins Spiel, teilweise auch für YouTube-Selbstexperimente. Ich habe es nicht übertragen und jetzt habe ich genau zwei Seiten voll. Weißt du, wie viele Apps du auf deinem Handy hast? Nee, nicht auswendig. Ich würde mal schätzen so vier, fünfhundert. Vier, fünfhundert? Ich glaube schon, dass es so die Größenordnung ist. Kann ich nachher gerne mal gucken. Ich mache aber für mich quasi, habe irgendwann mal angefangen. Du kannst an der Stelle, wo du siehst, welche Apps ein Update bekommen, kannst du einfach seitlich wischen und die direkt löschen. Also ich gucke quasi immer, wenn ein Update von der App reinkommt, ist es eine App, die ich überhaupt noch benutze oder draufhaben will. Von dem her aber so zwei, dreihundert sind es mit Sicherheit, weil ich halt eben auch sehr, sehr viel ausprobiere, halt eben sehen will, wie wir machen andere Animationen, welche Layout-Sprachen. Ich probiere super gerne halt eben Apps aus, um halt eben auch die Tipps, die ich so eben gerade auf Instagram und so weiter halt eben auch raushaue, halt einfach mal selbst zu testen und zu erfahren. Ja, verstehe ich komplett. Also ich finde es halt super spannend, weil ich habe es auch schon im Intro gesagt, also insgesamt haben wir mittlerweile ja eine Bildschirmzeit von acht bis zehn Stunden. So, wenn du jetzt auf dein Handy guckst, weißt du, wie viel du hast? Bei mir sind es ungefähr fünf, fünf bis sechs Stunden. Okay, fünf bis sechs Stunden. Ja. So, und diese Apps bestimmen ja deinen kompletten Alltag. Also ich meine, du guckst auf dein Handy und du bist ja gefühlt immer in irgendeiner App, sei es jetzt eine Social Media App oder eine App, die du benutzt, um zu rennen oder im Gym oder was auch immer. Und jemand wie du, der ja, sage ich jetzt mal, diese Apps erstellt, der ist ja maßgeblich daran beteiligt, wie ein Mensch heutzutage durch den Alltag gesteuert wird, wie ein Mensch kommuniziert und was im Endeffekt auf seinem Display erscheint. Ja. Wenn du die letzten Jahre betrachtest, die Aufmerksamkeitsspanne, die Leute geht immer weiter runter, die Menschen verbringen immer mehr Zeit am Handy, natürlich auch wegen Corona, Pandemie, ganz klar. Man konnte irgendwie nicht rausgehen, man hat das Handy genommen, teilweise um zu kommunizieren. Man guckt sich jetzt die Zahlen von Social Media an und auch da geht es natürlich immer nur nach oben, es geht eigentlich nie nach unten. Wie gehst du damit um? Also sind das so Metadaten, die du nimmst und sagst, okay, ab jetzt werden Apps anders aufgebaut, jetzt brauchen wir eine andere Struktur. Wenn ja, nimm uns gerne mal mit so. Also wie war das mit Apps vor zehn Jahren, vor fünf Jahren? Wie ist das heute? Also grundsätzlich absolut richtig. Das ist eine sehr heftige Entwicklung. Also ich habe immer, wenn ich Vorträge mache, schon seit Jahren, habe ich immer am Anfang mal eine Frage gestellt und habe die Leute die Hand strecken lassen, wann sie das erste Mal morgens nach dem Aufwachen ihr Telefon in die Hand nehmen. Und in den ersten ein, zwei Jahren, wo ich das gemacht habe, da war wirklich so viele so, hä, warum sollte ich überhaupt ein Telefon in die Hand nehmen, weil was macht mein Nokia denn so alles? Und dann waren es einige Minuten. Mittlerweile ist wirklich fast alle Hände gehen in der ersten Minute hoch, weil halt allein schon der Wecker sehr häufig mittlerweile das Smartphone ist und ich natürlich den ausmachen muss irgendwann. Also die Nutzung ist wesentlich heftiger geworden. Es hat alles Vor- und Nachteile. Also ich kann mittlerweile halt eben in eine völlig fremde Stadt gehen, bewege mich dort, als kenne ich mich da seit Jahrzehnten aus. Also ich weiß nicht, wer von euch sich noch daran erinnert. Früher war es normal, auf der Straße von jemanden angesprochen worden zu sein. Entschuldigung, wissen Sie, wo die, was weiß ich, Neopoldstraße ist? Und wenn das mal einer macht heute, dann denkst du, dass der dich irgendwie abziehen will oder dass das irgendwie eine Anmache ist oder irgendwie sowas, weil du gar nicht mehr davon ausgehst, dass jemand nach dem Weg fragt oder so. Also jedes Mal, das passiert, aber jedes Mal denke ich, hä, guck doch auf dein Handy. Ist doch komisch jetzt irgendwie. Oder was weiß ich, Zeiten, wann so eine Bahn abfährt oder ähnliches. Also es hat extrem viele positive Vorteile natürlich, aber man muss natürlich auch schauen, was dann halt eben passiert. Also für uns, wenn ein Kunde zu uns kommt und möchte halt eben eine App angehen, ist das Erste, was wir wirklich mit ihm besprechen. Welchen Mehrwert habe ich denn eben als Nutzer mit dieser App? Weil vor ein paar Jahren, ist es mittlerweile nicht mehr ganz so stark, aber vor ein paar Jahren war ganz häufig, dass in Firmen einfach gesagt wurde, wir brauchen jetzt auch eine App, weil das ist irgendwie cool. Und dann hieß es meistens, machen wir unsere Webseite irgendwie so eine Art App-Container und dann habe ich quasi mein Icon auf dem Homescreen. Und das haben wir eigentlich den Leuten immer gesagt, ey, lass das bleiben, weil das ist dann so eine klassische Chef-App, die hat er installiert, weil er es geil findet, da sein Logo zu sehen. Dann wird aber halt kein Mensch installieren. Also Grundregel ist quasi alles, was eine mobile Webseite kann, wenn ich nur das mache in der App, dann installiert es keiner, weil das hat keinen Mehrwert. Also ich muss einen Mehrwert schaffen und dann ist einfach so, dass man mittlerweile klar sagen muss, also ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht komplett im Kopf, aber ich meine, dass wirklich 95 Prozent der Zeit von diesen mittlerweile teilweise acht bis zehn Stunden von maximal fünf Apps benutzt werden und die restliche Zeit sich alle anderen drum streiten. Also ich muss mir halt wirklich eben überlegen, wie häufig möchte ich vom Nutzer genutzt werden, also wie häufig liefere ich ihm da quersen Mehrwert und muss da meine Strategie dementsprechend anpassen, weil unterm Strich alle Apps versuchen eben, dass du so oft wie möglich drin bist, dass sie dir so oft wie möglich einen Mehrwert bieten können und dich auch so lange wie möglich drin zu halten. Und alle, die über Werbeeinnahmen Geld verdienen, für die ist es richtig immens wichtig, wenn du jetzt mit irgendwelchen Abo-Modellen oder ähnliches ja halt eben arbeitest, dann ist es trotzdem natürlich noch wichtig, weil die Leute eben dann länger im Abo bleiben, wenn sie häufiger einen Mehrwert haben. Aber es ist nicht ganz so essentiell, als wenn du über Werbeeinblendungen dein Geld verdienst. Wo du gerade Werbung sagst, habe ich das kurz mal umgedreht. Es ist kein Placement, Leute, für alle, die bei YouTube so gucken. Gibt es irgendwie eine Wandung, wo du so sagst, die war so mit die prägendste, also macht alles komplett Sinn? Gibt es etwas, wo du sagst, da hat sich eigentlich so die App-Industrie krass verändert in den letzten Jahren? Gab es sogar mehrere, würde ich behaupten. Also im Grunde eigentlich das Erste, würde ich mal wirklich sagen, so klassisch vor der App-Zeit war es völlig normal, dass eine Software 50, 60, 70, 80 Euro gekostet hat. Muss ich mir heute einer vorstellen, irgendeine App kostet 70, 80 Euro, das wird kein Mensch bezahlen. Also generell wurde durch Apps eben der Konsum ein anderer. Es wurde das ganze Preislevel gesenkt mit der Einführung vom iPad. Damals gab es dann wieder so ein bisschen teurere Preise. Da haben Apps auch mal 10 Euro gekostet. Das war auch mal okay. Würde heute überhaupt nicht mehr funktionieren. Gerade durch die Einführung von Android. Und dem, ja, doch unterm Strich ein bisschen knausigeren Publikum auf Android wurde halt eben Werbung. Ist das so? Android-Leute zahlen weniger? Ja, ja, ja. Also eine meiner prägendsten Geschichten ist schon ein paar Tage her, aber meine damalige Freundin vor ein paar Jahren, es gab mal so zwei, drei Monate, wo WhatsApp 1 Euro pro Jahr gekostet hat. Also auf iOS-Seiten hat es eigentlich immer 99 Cent gekostet. Ab und zu gab es Aktionen. Und auf Android sollte es 1 Euro pro Jahr kosten. Und da hat die einen Riesenaufstand gemacht. Das kann da wohl nicht wahr sein. Sind die dann unverschämt? Also kurz danach wurde es von Facebook gekauft und wieder kostenlos gemacht. Aber ich habe dann auch zu ihr gesagt, du müsstest ja aus meinem Beruf quasi wissen, wie viel Arbeit das ist. Und eine App, in die du, was weiß ich, 20 Mal am Tag guckst, die ist dir pro Jahr keinen Euro wert. Das ist echt verrückt. Aber hat sie dann wirklich, also hat sie es boykottiert und gesagt, Schatz, tut mir leid. Ja, die hat es nicht gekauft. Wirklich, die hat es nicht gekauft? Ja, die hat es nicht gekauft. War das Trennungsgrund? Nicht der, aber das war dann schon komisch. Okay. Nee. Ja, Grüße gehen raus, ne? An die Ex von Kai. Genau. Okay, also nicht knausrig sein, okay, verstehe. Schon schwierig. Nee, also unterm Strich ist es wirklich so, also die, also in Deutschland ist so das klassische Verhältnis an Nutzerschaft 70-30, also 70 Prozent Android, schwankt je nach Altersklasse. Also je älter und je mehr Geld die Menschen haben, desto mehr sind sie auf iOS unterwegs. Ich finde das so spannend, weil das sagen ja alle. Also die Zahlen sagen ja 70 Prozent Android. Und im iOS-Store wird mehr Geld verdient. Meine Freunde haben alle ein iPhone. Also Chris, mein Videograf, ist der erste Mensch gewesen, den ich kannte, mit dem Android. Also wer benutzt Android? Wie viele Menschen außer Chris kennst du, die für 1.000 Euro im Monat arbeiten? Du hast wahrscheinlich Menschen in deinem Umkreis, die einigermaßen vernünftig Geld verdienen. Ja. Und ab dann hat man fast immer ein iPhone. Wow, das heißt, Chris ist der ärmste Schocker, den ich kenne. Okay, krass. Also Leute, schreibt gerne. Okay, okay, heftig. Also schreibt gerne mal in die Kommentare. Also es gibt noch eine zweite Fraktion, da könnte Chris auch reingehören. Also es gibt Menschen, die grundsätzlich eben diese Offenheit mögen. Und es gibt noch eine dritte Fraktion, die einfach Apple hassen. Das gibt es natürlich auch. Ich glaube, es ist die... Also wenn man es so anguckt, ist einfach halt kein Geld. Okay. Nee, aber ganz ohne Spaß. Das sind im Grunde eigentlich so die... Also in Deutschland. Es gibt andere Länder, es ist komplett anders. Also in Amerika ist sehr, sehr stark iOS, also viel mehr. Im asiatischen Bereich ist es viel stärker Android. Aber bei uns ist es wirklich, ja, je mehr Haushaltseinkommen da ist, desto wahrscheinlicher ist ein iOS-Gerät. Okay. Und du würdest sagen, um nochmal auf die Frage zu kommen, also das ist eigentlich auch so die prägendste Änderung, dass du sagst, okay, dieser Wechsel sozusagen, Apps müssen eigentlich free sein, müssen, wir kommen ja gleich noch auf Mikrotransaktionen, müssen eigentlich über Werbung Geld verdienen, über Bezahlmodelle innerhalb der App und niemand klickt mehr da drauf und sagt, okay, ich zahle jetzt für 50 Euro irgendwie eine App-Gebühr. Genau. Zurück zur Frage. Also das Erste war für mich quasi, dass Software generell günstiger wurde. Dann eben, dass es völlig normal wurde, dass die Menschen eigentlich gar nichts mehr bezahlen wollten. Und daher muss ich halt eben über Werbung finanzieren. Und dann war nochmal ein dritter, sehr starker Wandel, wo wir ja auch in dem Selbstexperiment bei dir ja auch schon hatten, eben, dass mittlerweile In-A-Purchases eben das Ding sind, also dieses Freemium-Modell. Also wenn ich heutzutage eine App für irgendein festes Geld, das muss nicht immer 10 Euro sein, sondern ein, zwei Euro schon, dann werde ich sehr wahrscheinlich sehr viele Downloads am Anfang schon verlieren, weil die Leute erstmal ausprobieren wollen. Und dann muss ich sie halt eben quasi catchen. Und das sind so die Parts, die aus meiner Sicht auf der einen Seite super spannend sind, eben sich damit zu beschäftigen, auf der anderen Seite aber auch halt eben sehr, sehr böse sein können, weil da sehr viel mit Psyche eben gespielt wird, um halt eben die Leute dazu zu bringen, dann halt eben so ein Abo abzuschließen. Also ich habe drei Dinge, die mir einfallen oder über die ich eigentlich gerne mit dir mal sprechen würde. Das Erste ist, ich glaube, der Klassiker, den, was vielleicht alle kennen, ist, man hat mal ein Abo abgeschlossen. Vielleicht typischerweise dieses Tinder-Gold. Ich kenne ganz… Kenne ich mich jetzt nicht so mit aus. Nee, ich selber auch nicht. Ich bin lebenslänglich auf Tinder gesperrt, aus verschiedenen Gründen, aber gute Freunde von mir, um beispielsweise auch nochmal auf Chris zu halten. Also eigentlich hat er kein Geld mehr für ein iPhone, weil er auf Tinder so viel Geld ausgibt. Superlike. Ich kenne viele Leute, ah, Superlike kennst du aber. Ja, ja, klar. Ich kenne viele Leute, die beispielsweise ein Tinder-Gold-Abo haben oder irgendwelche anderen Abos. Anderes gutes Beispiel ist, glaube ich, Audible. Die machen das sehr, sehr klug oder da erinnere ich mich zumindest noch dran. Ich hatte da ein Abo und du kriegst jeden Monat quasi ein Token für ein Hörbuch. Und wenn du aber dein Abo schließen willst, wenn du sagst, hey, ich will das mal beenden, dann sagen die, hey, du hast noch 15 Token. Bist du sicher, dass die verfallen sollen? Und dann ist natürlich bei uns im Kopf, nee, auf keinen Fall. Aber 15 Hörbücher suche ich ja jetzt nicht aus. Also komm, lass dich laufen. Muss ich mal dran denken, dass ich jetzt wirklich mal dafür ein paar Hörbücher hole. Abo läuft ständig weiter. Jeden Monat oder so werden einfach 2,99 Euro, 3,99 Euro abgebucht. Das ist eine der stärksten Psychologien, mit denen da gearbeitet wird. Also der Mensch verliert nie gerne. Also er möchte Dinge immer behalten. Das ist so ganz klassisch. Also gerade in Spiele bekommst du am Anfang irgendwelche Coins. Dann kommst du zu irgendeinem Gegner, wo du die ausgeben musst oder wo die dir weggenommen werden. Und das fühlt sich schlecht an. Also möchtest du Geld ausgeben, um diese Coins wieder zu behalten. Oder halt eben im solchen Fall, du möchtest nicht kündigen, um das nicht zu verlieren. Ja, also damit wird sehr, sehr viel gespielt. Ja, genau. Also das ist Punkt Nummer 1. Das Zweite ist natürlich, Jan Böhmermann hat einen Beitrag zum Thema Mikrotransaktionen gemacht. Das ist da auch nicht der Einzige. Und da geht es ja im Endeffekt darum, da drehte sich auch so ein bisschen unser Selbstexperiment in diesem Bereich ab, dass Leute kostenlos eine App runterladen. Wie du gerade schon auch gesagt hast, man fängt irgendwie an zu spielen, man macht irgendwas. Und dann hast du halt die Möglichkeit, zum Beispiel weiterzukommen oder schneller zu sein durch bestimmte Items, durch teilweise auch nur kosmetische Sachen. Dein Character sieht anders aus und so weiter. Du willst dich einfach absetzen von anderen oder willst einen Vorteil haben. Zahlst Geld ein. Ingame-Währung typischerweise Goldmünzen, Coins und so weiter. Und mit diesen kommst du dann im Spiel weiter. So ein bisschen auch Pay-to-win. Und einmal angefangen verlierst du natürlich irgendwie so ein bisschen die Hemmung und sagst, komm, jetzt habe ich fünf Euro aufgeladen. Jetzt bin ich schon drei Level weitergekommen. Ich komme beim vierten, aber trotzdem nicht weiter. Jetzt nehme ich nochmal fünf Euro. Nochmal fünf Euro. Und so hast du irgendwann in der App 20, 25, 30 ausgegeben. Also es ist meistens sogar, also die Apps, also gerade in Games ist es sehr, sehr heftig, die versuchen dir dieses Verhältnis zu dem echten Geld so weit wie möglich wegzubringen, weil dann gibt es das besser aus. Also in sehr vielen Spielen gibt es nicht nur eine Währung, sondern drei. Das heißt, ich kaufe mir für richtiges Geld zum Beispiel Coins. Aus diesen Coins kann ich dann, was weiß ich, Goldtaler machen. Und die Goldtaler kann ich austauschen in, was weiß ich, irgendwelche Scheine oder was auch immer. Das heißt, diese dritten Faktor quasi habe ich überhaupt kein Verhältnis mehr, wie viele echte Euros waren denn da dahinter. Und dann gäbe ich es natürlich viel leichter aus. Ja, genau. Und das sehe ich bei mir selber. Das verstehe ich nicht. Ich habe auch mal, er hat zum Beispiel League of Legends gespielt. Ich habe World of Warcraft gespielt. Und gerade bei League, bei LoL ist es halt extrem. Kennst du das Spiel? Ja, aber nicht gespielt. Nie gespielt? Ich bin kein Gamer. Okay, Glück gehabt. In dem Fall ist es nämlich echt so, ich würde sagen, ich habe tausende von Euro dort ausgegeben. Weil jeder Character, du kannst ihn freispielen über Punkte, dauert sehr, sehr lange. Oder du zahlst fünf Euro. So, und dann gibt es immer so Skins. Jeder Skin kostet nochmal fünf Euro, außer die richtig krassen, die dann noch so Animationen haben, wenn sie dich töten oder Schwert funkelt besonders. Die kosten dann zehn Euro. Und dann ist es natürlich so, du klickst auf Punkte. Das ist nicht das Beispiel mit der App, sondern Computerspieler, weil in der App funktioniert es ähnlich. Du klickst halt auf Punkte kaufen. Und dann kommt natürlich ganz schnell, da bist du sicher, dass du nur die Punkte für den einen Skin kaufen willst. Weil wenn du direkt für fünf Skins kaufst, dann kriegst du nochmal einen Rabatt. Und so habe ich tausende von Euro in diesem Spiel ausgegeben. Das Thema Mikrotransaktion. Jetzt noch einen weiter. Hat letzte Woche Simplissimus ein Video rausgebracht zum Fußballmanager Spitch. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe das Video gesehen, ja. Ja, genau. Zum Fußballmanager. Ich selber habe es mir runtergeladen. Wir werden da auch ein Selbstexperiment zu machen. Und da ist es jetzt halt so, du gehst rein und du kannst kostenlos spielen. Die Apps kostenlos. Du kannst kostenlos spielen. Das ist im Endeffekt, du stellst deine Fußballmannschaft zusammen und mir fällt gerade ein, das muss ich gleich machen. Du stellst sie zusammen, lässt sie halt zocken oder aber du zahlst 15 Euro ein und kannst dann natürlich an einem Pott teilnehmen. Tausend Leute zahlen 15 Euro und die ersten drei teilen sich die Kohle und die anderen Plätze kriegen auch noch ein bisschen was. Und da ist natürlich auch so ein bisschen Thema Spielsucht, Wetten, Wettgeschäft mit drin. Was ist dein Statement zu diesen Apps? Ja, da ist dann wirklich sehr schnell die Grenze erreicht zu, wie böse wird es wirklich. Also wie gesagt, diese Systematiken in den Apps oder Games, ich finde die eben zum Verstehen sehr, sehr spannend, weil natürlich wir auch in der Entwicklung von Apps natürlich uns darum kümmern müssen, wie kriegen wir denn halt eben am Schluss eine gute Transaktion hin. Weil ganz klar, wenn jemand zu uns kommt, dann muss er erst mal Geld ausgeben, damit man eben eine App hat. Das heißt, jeder möchte in irgendeiner Form eine Refinanzierung, logischerweise. Auch aus Nutzersicht möchte ich natürlich, dass die Firma mit diesem Produkt Geld verdient, weil ich benutze ja eine App, weil sie mir irgendeinen Benefit bringt, also irgendein Problem für mich löst. Und ich habe in der Regel immer noch mal 20 andere Ideen, die da halt eben reinkommen könnten. Und wenn jetzt die andere Seite kein Geld mit mir verdient, wird ja eben das Produkt, was ich gerade gerne mag, nie weiterentwickelt. Also das heißt, aus Nutzersicht möchte ich, dass die Firma Geld verdient und sich refinanziert. Das heißt, wir müssen natürlich schon gucken, wie kriegen wir das hin. Aber auf einem Weg, wo wir immer noch vernünftig schlafen können. Ich persönlich finde den Part eben am Marketing eben in der Psychologie von Menschen einfach spannend. Aber man muss sich für sich schon irgendwie eine Grenze ziehen, was ist noch okay. Wir hatten es vorhin im anderen Raum drüben. Also wir haben für Lotto-Baden-Württemberg die App konzipiert. Da war schon auch das Thema, wie ist es denn mit Glücksspiel? Und aus meiner Sicht war der Part noch in Ordnung, weil da sehr viel mehr Regulierung mit drin ist, weil das ist halt eben staatlich. Da ist natürlich auch eine Spielsucht möglich, aber ist auf einem echt anderen Level und bei weitem nicht so intransparent, wie da mit der Psyche gespielt wird, wie teilweise bei den Apps von Apps. Aber wird das Ganze gar nicht reguliert? Also gibt es da keine Regeln? Kannst du machen, was du willst? Also in den App Store kommst du in manchen Bereichen nicht rein. Also Glücksspiel ist dort schon schwierig. Aber es ist die Regeln, die der App Store mitgibt, das ist halt im Grunde so ähnlich wie Gebote. Also derjenige, der das Ganze prüft, der hat immer eine Auslegungssache. Also wir merken das immer wieder, dass wir halt eben mit Themen uns an Dinge halten aus unserer Sicht und dann mal irgendein Reviewer dann sagt, nee, das darfst du nicht machen, weil der es ein bisschen anders auslegt und da muss man halt nachschärfen. Und Glücksspiel geht da schon häufig in die Richtung. Aber gerade wirklich so, also die ganzen Mobile Games, wo du halt Geld reinstecken kannst, das ist alles in irgendeiner Form, ist da schon Glücksspielcharakter mit drin. Du hast in den Spielen ganz häufig mittlerweile Slotmaschinen mit drin, wo du irgendwelche Zusatzsachen nochmal hast. Also wenn man sich Spiele mal anguckt, gibt es da ganz, ganz viele Elemente drin, die an Glücksspiel erinnern. Aber würdest du sagen, dass die dann so eine App trotzdem durchlassen, weil zum Beispiel Switch gibt es ja im App Store, weil natürlich Apple daran selber Geld verdient? Absolut, absolut. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden da aktuell gerade durchgehen. Ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht im Kopf, aber Apple kriegt 30 Prozent davon. Und von dem her ist schon, wenn man mal anguckt, was so richtig viel Umsatz macht, muss ja nur in die Charts reinschauen. Das sind fast alles Spiele. Und natürlich, klar. Das ist mir auch aufgefallen. Als ich reingeguckt, sind eigentlich nur so Spiele. Und es ist, also jetzt aus meiner Sicht, als jemand, der auch gerne so Computerspiele gespielt hat, sind diese Spiele natürlich immer alle Trash. So, und das ist ja ganz krass bei einigen Games. Die schalten beispielsweise auch so viel Werbung, dass deren neuster Trailer eigentlich immer Platz 1 in den YouTube-Trends ist. Also die werden so gepusht teilweise und so aufgeblasen. Und wenn du dir die runterlädst, ist das eigentlich völliger Müll. Aber machen einfach enorm süchtig und werden einfach dadurch finanziert, dass Leute kaufen, dort weiter wollen, dass Streamer bezahlt werden und so weiter. Das heißt, für dich als App-Schmiede ist es immer ein schmaler Grad, zu überlegen, okay, inwieweit nutze ich eigentlich gerade aus, sozusagen wie das Verhalten der User ist, wie die gerade mit Apps ausgehen. Auf der anderen Seite natürlich auch diese moralische Komponente. Will ich selber irgendwie der Ersteller von so einer App sein? Aber du machst jetzt keine Games oder sind die nicht ausgeschlossen bei euch? Also grundsätzlich nicht ausgeschlossen, aber wir sind also spezialisiert auf wirklich klassische Apps. Bei Games ist es ein bisschen eine andere Programmiersprache. Das wird zum Beispiel mit Unity häufig gemacht. Also es ist eine andere Art der Programmierung. Also du brauchst im Normalfall auch ein bisschen andere Leute. Also das heißt, wir machen im Grunde eigentlich sehr selten Games. Wir sind sehr viel im B2B-Bereich, wo halt eben die Finanzierung über andere Kanäle läuft. Also zum Beispiel Apps für Firmen, die ihren Kunden zum Beispiel stellen, wo das unter anderem in Marketingbudget reinfließt und so weiter. Also es sind viele Apps, die müssen gar nicht in der Purchase. Aber im App-Bereich generell ist es so, die Abos, die müssen quasi einen Mehrwert in ihrer Dienstleistung bringen. Und da ist dieses Spielsegment nicht ganz so drin. Du guckst natürlich schon, dass die Paywall und so weiter halt eben aus Marketing-psychologischer Sicht eben sinnig aufgebaut ist, dass ich rüberbringe, welche Benefits habe ich und so weiter. Aber in den Apps selbst ist das nicht ganz so heftig, wie das teilweise in den Spielen gemacht wird. Warum ich zum Beispiel Apps auch so spannend finde und selber auch immer überlegen bin, tatsächlich so eine Wake-up-App rauszubringen, habe ich dir auch schon erzählt, ist, weil Apps natürlich unabhängig von einem Algorithmus funktionieren. Und jetzt ist es halt so. Ja, schon. Du hast den halt selbst in der Hand. Eigene Apps sozusagen. Weil das große Problem ist, du hast es vorhin gesagt, die Leute sind in fünf Apps. Wir sind in WhatsApp, wir sind bei Instagram, wir sind natürlich, ja, vielleicht einige von uns noch bei Facebook, wir sind bei TikTok, wir sind bei YouTube, aber wahrscheinlich sind das schon, sage ich mal, Social-Media-Apps. Ja, plus Mail, plus Kalender. Genau, plus Mail, plus Kalender. Okay, das sind so die Apps, klar. Dann ist es eine Regel. Und Messages generell. So, und das haben wir halt sozusagen auf unserer Startseite. Problem ist, wenn wir jetzt natürlich an Leute rausgehen wollen, und ich mache das jetzt bei YouTube, ich mache das bei Instagram, Facebook und so weiter, dann ist der Algorithmus von jemand anderem, das heißt, der bestimmt. Und der Algorithmus, das ist ja auch immer wichtig zu wissen, der hat eigentlich nur eine Aufgabe. Der will, dass der Nutzer, der jetzt in der App ist, nicht rausgeht. Das ist die Aufgabe von jedem Algorithmus. Und dafür tut er alles. Das heißt, er zeigt dir im besten Fall das, was du jetzt sehen musst, damit du nicht gehst. So funktionieren die Algorithmen. Wenn du jetzt natürlich aber eine eigene App hast, dann holst du die Leute in deinen Raum und da bestimmst du, wie das Ganze läuft. Würdest du sagen, dass eine eigene App für jemanden zum Beispiel, der eine Personenmarke hat, der eine Community hat, dass das schon eine gute Möglichkeit ist? Oder sagst du, die Hürde für die Leute ist eigentlich zu groß, noch eine zusätzliche App runterzuladen? Weil ich finde, das ist, du hast es nämlich vorhin schon mal kurz so gesagt, sodass es oftmals sich eben nicht lohnt. Wann würdest du sagen, lohnt es sich? Es gibt natürlich prominente Beispiele von Leuten, die es gemacht haben. Wie gesagt, ich bin selber am Überlegen für Push-Notifications, Updates zu experimenten und so weiter. Aber was ist deine Einschätzung? Grundthese ganz allgemein, ich muss einen Mehrwert von haben. Also das heißt, wenn ich oder wenn du jetzt quasi einen deiner Follower eben rüberbringst, wenn du dort reingehst, bekommst du alles von mir mit oder sonst irgendwie einen zusätzlichen Bonus und sie im Kopf haben, dass sie eben vielleicht auf YouTube oder wo auch immer nicht alles mitbekommen, dann kann das ein guter Mehrwert sein. Also das heißt, ich habe schon die Hürde, ich muss was Separates installieren. Ich habe ja dort kein Explore quasi. In den klassischen Social Medias kann ich dich ja einfach mal entdecken oder sonst irgendeinen Creator. Das habe ich dort ja nicht. Da muss ich gezielt reingehen. Das heißt, ich muss vermitteln, warum es Sinn macht, eben diese App installieren zu haben. Indem ich zum Beispiel vielleicht privatere Einblicke gebe oder die Leute mitbestimmen können nochmal besser eben, was ist der nächste Content-Piece. Also ich muss als Mensch, der das installieren soll, eben ganz klar wissen, was bringt mir das mehr, als dir einfach nur irgendwo auf Social Media zu folgen. Und dann ja, wenn ich da genug Leute reinbringe, dann ist natürlich wieder so, auch da ist die Frage, wie monetarisiere ich das, weil das kostet erstmal Geld. Das heißt, kriege ich damit eben, was weiß ich, bessere YouTube-Videos hin, besser aufzahlen und monetarisier quasi nebenbei. Oder habe ich dort dann irgendwelche exklusiven Deals oder was auch immer. Also unterm Strich muss man ganz ehrlich immer sagen, wenn irgendwo jemand Geld investiert, dann möchte ich das natürlich auch Minimum wieder raushaben oder halt eben Marketing-Brain-Kosten halt eben das damit decken. Da sprichst du gerade was an, was ich auch sehr spannend finde. Was ist eigentlich mit Werbung in Apps? Ist das komplett out? Geht das überhaupt noch? Weil gefühlt, wir haben ja alle gar keinen Bock mehr auf Werbung. Also wir kennen alle dieses Skip in vier Sekunden, drei, zwei, eins weg. Wir kannten das schon früher, Fernsehen, Werbung kam, du gehst raus, Pinkelpause, Snacks holen, aber auf gar keinen Fall ziehe ich mir das jetzt rein. Ich gehe auf eine Website wie, das nervt mich auch unglaublich, spiegel.de, bild.de, zeit.de, alle großen Zeitungen, was kommt jedes Mal? Bitte deaktivieren Sie Ihren Adblocker oder kaufen Plus-Variante. Wir haben gar keinen Bock mehr auf Apps. Funktioniert das noch? Du schaltest in der App selber Werbung und Leute gucken sich die Banner an und sind nicht abgefuckt und gehen raus? Also es ist sehr kritisch und ich brauche halt eben eine sehr große Masse. Also generell solche Werbebanner, die finanzieren sich irgendwann, wenn ich da wirklich viele tausend Leute drin habe. Deswegen, also gerade auch in Spielen, die halt eben, wenn ich nicht bezahle, irgendwie Werbung drin haben, müsst ihr mal gucken. Bei diesen Voll-Overlay-Dinger, die da kommen, da ist zum Beispiel das X zum Wegklicken auch immer an einer anderen Stelle, weil das ich mir nie merken kann, jetzt muss ich hierhin drücken. Mega nervig. Weil die möchten, dass ich halt eben aus Versehen denke, jetzt ist es immer rechts und ich klicke dann den Werbebanner an und damit verdienen sie Geld. Es gibt aber gerade in Spielen manchmal auch so Situationen, wo ich mich halt selbst dazu entscheiden will, gerade bei solchen Idol-Games, bevor ich jetzt zwei Stunden warte, bis das Item fertig ist, kann ich entweder Geld draufwerfen oder Werbung schauen. Da kann das schon gut funktionieren, weil ich möchte es ja jetzt schneller haben. Also bin ich bereit, was zu tun. Bin nicht bereit, Geld einzugeben, aber dann gucke ich Werbung. Aber ich brauche viele Views halt eben drin. Aber was bringt mir diese Werbung als jemand, der sie schaltet? Nicht viel. Weil du guckst es, weil dein Item fertig sein soll. Ja. Du guckst es, weil du, keine Ahnung, weil du nicht zahlen willst. Aber ist es, also bringt diese Werbung Conversion? Ja, also an sich, die ganzen Sachen im Internet sind vernünftig trackbar. Also von dem her, so ein bisschen was wird schon bei rauskommen. Du kannst Retargeting drauf machen und es ist personifizierte Werbung teilweise halt auch. Aber es ist, ich sag mal, geh mal in die Vergangenheit, also zu Zeiten von linearem TV, wie viele Leute sind während der Werbepause aufs Klo gegangen oder haben sie was zu trinken geholt. Da haben ja auch viele nicht hingeguckt und trotzdem war es immer noch okay. Es war schlecht ermessbar, aber es ist einfach die Impression. So du hast vielleicht nochmal den Typen gesehen oder nochmal das Produkt gesehen, die Dienstleistung, kaufst dann vielleicht doch. Okay, das heißt, eigentlich tendenziell geht es schon in Richtung, wenn ich das nochmal zusammenfasse, Apps müssen eigentlich fast kostenlos sein. Sie müssen einen großen Mehrwert haben. Die Leute wollen erstmal for free gucken, will ich das, lohnt sich das? Dann über Mikrotransaktionen anstatt Werbung, weil darüber sozusagen bezahlt wird, wenn du zusätzlichen Benefit kriegst und dann die Leute im besten Fall in ein Abo-Modell, sodass das Ganze lange läuft. Ja. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Und man muss auch sagen, bei den Abos, das ist auch wirklich die netteste Form von Abos. Also gerade, wenn ich das jetzt mal mit Fitnessstudio oder so vergleiche, da sind ja super viele, haben irgendwelche Abos laufen, weil sie es einfach vergessen haben. Es hat Vor- und Nachteile aus App-Betreiber-Sicht, die Stores schreiben vor Ende der Abo-Laufzeit, zwei Wochen vorher kommt eine E-Mail. Da kannst du auch als App-Betreiber nichts gegen machen. Du bekommst also eine E-Mail, ey, das läuft demnächst, wird das verlängert, möchtest du das weiterhaben oder willst du hier canceln? Also das heißt, die Leute kriegen auch relativ aktiv gesagt, jetzt kostet es demnächst wieder Geld. Möchtest du das noch haben oder nicht? Aber das hat sich verändert, weil ich weiß, dass vor ein paar Jahren ich selber mal, irgendwie kam ich auf diese Seite, ich kannte das gar nicht. Beim iPhone gibt es ja so eine eigene Rubrik, wo du gucken kannst, welche Abos laufen. Diese Rubrik kannte ich gar nicht und ich wurde durch eine App, wo ich glaube ich in der App gesagt habe, Abo kündigen, sozusagen automatisch dort rein und dann sehe ich auf einmal eine ganze Chunks, so eine ganze Liste von Abos, die bei mir noch laufen und darüber habe ich die mal gekänzt. Das war aber früher anders. Nee, nee, das kam in der Tat. Also mein Apple hat gerade auch relativ viel Rechtsstreite an der Hacke, also von Spotify zum Beispiel losgetreten beziehungsweise von, ach Gott, von irgendeinem der großen Spiele, ich weiß gar nicht mehr, halt mit den In-App-Käufen und so weiter. Von dem her haben die schon sehr viel in letzter Zeit tun müssen, um halt eben zu zeigen, wir wollen da keine Abo fallen, weil ganz klar, wie vorhin schon gesagt, die verdienen halt schon auch selbst scheiß viel Geld damit, müssen aber halt eben da einen guten Anschein nach außen wahren und deswegen, ich glaube so zwei Jahre alt ungefähr. Ja, genau. Genau, und da ist es dann auch relativ simpel, weil dann kannst du auch wirklich direkt, weil sonst ist es über Umwege, dann kommt er noch, willst du wirklich kündigen, soll das noch passieren, dann kommst du auf eine zweite, dritte Seite, wir kennen das alle, das Ding kostet zwei, drei Euro und dann denkst du dir, ach, weißt du was, ich mache es nächsten Monat, ich mache es irgendwann. Es ist vor, also ich glaube mit iOS 3 oder 4 wurden In-App-Käufe eingeführt und zu der Zeit war, auf der Keynote wurde angekündigt, eine App muss sich am Anfang entscheiden, kostet sie Geld oder ist sie free? Und wenn sie free ist, darf sie nie In-App-Purchases haben, das ist ein halbes Jahr später schon gekippt worden. Okay, sehr spannend. Also, was ich einfach nur sagen kann, Apps bestimmen unser Leben, also auch mein Leben, 100 pro, wir sitzen jetzt gerade hier, wir nehmen sogar parallel mit einer App auf, weil wir es einfach mal testen wollen, beziehungsweise du testest das ja. Ich bin die ganze Zeit zwischen, wir haben es vorhin gesagt, WhatsApp, Instagram, man ist immer am Gucken, Mails kommen rein, Pop-Ups und so weiter. Aber für mich persönlich ist einfach super wichtig, dass ich die Kontrolle habe. Weil diese Apps sind, wenn du es so nimmst, was unser Bewusstsein angeht, eigentlich der Gegner. Weil die Apps möchten eigentlich, dass wir von unserem Unterbewusstsein geleitet werden. Und wenn wir das sozusagen zulassen, dass diese Apps mit den Pop-Ups da auch reinkommen und wir morgens aufstehen und ich finde das ganz, ganz schlimm, weil ich war genau so jemand früher. Ich habe mir zum Beispiel einen Wecker gestellt oder auch eben keinen, aber ich wache auf, ich greife zu meinem Handy und ich lese die vier, fünf Pop-Ups, die da sind. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn diese vier, fünf Pop-Ups sind. Jo, ruf mal zurück. Ey, Tom, wo bist du? Was ist los? Meld dich mal. Denk dran. Du wachst auf und du hast fünfmal Stress. Du liegst noch im Bett, dein eines Auge ist noch irgendwie halb verklebt und denkst dir, was ist denn jetzt los? Stehst auf, räuspern, okay, und direkt schon wählen und ja, hier bin ich, bloß nicht, dass die Person irgendwie merkt, ich habe noch gepennt und so startet dein Tag. Was ich gemacht habe, ist, ich habe jedes Pop-Up bei mir aus. Also ich kriege eine Anzeige, bei WhatsApp zum Beispiel zwei, aber ich habe nicht auf dem Screen die Nachricht. Ja. Weil, worst case. dann ist es halt so, selber sich auch mal zu tracken. Also ich spreche jetzt aus meiner Perspektive von jemandem, der versucht, mit den Apps produktiv und auch effektiv zu sein und ich komme jetzt gleich zu einem Part, den ich voll wichtig finde und zwar über meinen kompletten Arbeitsalltag hinweg. Handhabe ich das so, dass ich bestimme, wann ich reinschaue. Wenn jemand mir bei WhatsApp, ist letzte Woche passiert, drei Fragezeichen schickt, meine Reinigungskraft hat mir letzte Woche drei Fragezeichen geschickt. Direkt blockiert. Die Regel ist, wer Fragezeichen schickt, wird blockiert. Nein, und das ist wirklich rigoros. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand, nur weil du online bist, bei WhatsApp, Web oder an deinem Handy, denkt, diese Person könnte jetzt gerade über deine Zeit den Anspruch haben und sagen, nein, nein, warte, weil ein Fragezeichen bedeutet immer, ey, meine Zeit ist wichtiger als deine, ich will jetzt von dir eine Antwort. Block. So, und das Ding ist, ich gucke gezielt in WhatsApp rein, ich antworte zu gezielten Zeiten, aber ich nehme mir manchmal auch die Freiheit zu sagen, okay, jetzt gucke ich für 20 Minuten einfach mal TikTok. Also jetzt ist einfach, jetzt nehme ich mal diesen Spam und diesen, okay, komm, ich habe gerade gegessen, ich chille auf der Couch, weißt du was, 20 Minuten TikTok, ich stelle mir einen Timer und Wecker und mache das und dann swipe ich und sinnlos, einfach so, ja, was ist da so, lacht drüber, amüsier mich, schickt das Freunden, der Wecker klingelt, ich gehe raus aus der App. Hast du da auch für dich so eine Routine, wie du damit umgehst? Jein, jein. Also ich habe was, was ich sehr gerne empfehle, um den Leuten mal so ein bisschen das besser klar zu machen, weil mittlerweile beide Systeme, also sowohl Android als auch iOS, haben ja die Möglichkeit, dass ich mir diese Zeiten anschauen kann. Das realisiert man meist, aber eigentlich gar nicht so heftig aus meinem Gefühl raus in den Gesprächen, wie viel es denn wirklich ist. Und ich sage den Leuten immer, überleg dir mal unabhängig von der Statistik eine Zeit, wo du denkst, das macht jetzt pro Tag zum Beispiel für Instagram Sinn. Und dann gehst du einmal in diese Tools rein. Du kannst da einstellen, ich möchte diese App eben eine Stunde Zeit geben am Tag und danach soll die ausgegraut sein. Und dann schau danach mal, um wie viel Uhr das denn dann schon passiert. Das ist eine andere Erfahrung, als wenn ich einfach nur mal auf eine Zeit gucke, so drei Stunden, ist das jetzt viel oder wenig. Du hast ein anderes Gespür für, wenn du dann siehst, ey, um halb elf ist mein Ding zu. Du kannst ja danach dann wieder aufmachen, aber du kriegst dann ein besseres Gefühl, wenn man erst mal hergeht und sagt, halbe Stunde am Tag möchte ich mir gönnen. Oh shit, das ist um elf Uhr schon rum. Also das mache ich ganz gern. Ich für mich im Grunde bin einfach so während dem Tag, also ich bin entweder eingespannt in dem, was ich hier tue, dann komme ich eh nicht dazu. Dann gucke ich einfach, dass ich meine Social Media Posts dann halt eben reinpacke und beschäftige mich sonst auch nicht wirklich. Und wenn ich mal Zeit und Luft dazu habe und auch Lust, dann mache ich das auch sehr bewusst. Und da habe ich aber, muss ich gestehen, auch noch nichts, wo ich dann wirklich sage, okay, nach der und der Zeit, also ich richte mir nicht vorher eine Zeit ein, von der muss ich mal mitnehmen, ist ein guter Tipp. Ich verliere mich da manchmal auch drin. Und manchmal finde ich das auch in Ordnung. Weißt du, wenn du jetzt einen Tag hast, wo du sagst, ey, heute will ich chillen, dann muss man, finde ich, diese Routinen oder diese Stränge vielleicht für sich selber auch mal aufheben, weil wenn du das mal zulässt, dann hast du gar nicht so dieses Craving danach. Das ist so, glaube ich, wie wenn jemand sagt, ich verzichte immer auf Süßigkeiten, dann hast du irgendwann vielleicht auch so diesen Jojo-Effekt, so dieses, jetzt hole ich mir aber alles rein, so der typische Cheat Day. Und ich glaube, wenn man sich manchmal aber auch so sagt, okay, jetzt lasse ich das zu, ist völlig in Ordnung. Nur diese Apps, also es ist Fluch und Segen. Sie sind extrem gut für uns. Wir haben Möglichkeit der Kommunikation. Es macht unser Leben in vielen Bereichen leichter. Aber ganz klar ist, die Initiatoren, die Unternehmen, auch teilweise die Entwickler mit, die wollen ja gerne steuern, was du tust. Und wenn du dafür nicht mehr so das Bewusstsein hast, ich könnte mich, Real Talk, wenn ich in mein Handy gucke, ich habe in mein WhatsApp, ich gucke jetzt mal rein, 104 offene Nachrichten. Ich könnte mich den ganzen Tag durch WhatsApp steuern lassen. Und ich würde zu nichts mehr kommen. Also WhatsApp, also andere Menschen würden bestimmen, was mein Alltag ist. Und WhatsApp ist ja jetzt nicht mal mit Algorithmus unterwegs, sondern ja wirklich nur Menschen getriggert. Aber es ist, also die Rechenkraft mittlerweile ist halt eben in den Geräten, aber vor allem auch den Servern halt eben so heftig, dass halt eben der ganze Content eben sauber analysiert werden kann und nicht mehr wie bei Facebook früher. Also du kriegst halt wirklich sehr relevantes Zeug. Und das ist schon sehr heftig. Also es ist ja, wenn du von jemand anderes, hat man irgendwo den Spruch gelesen, wenn dir jemand sein TikTok in die Hand gibt und du scrollst fünfmal weiter, dann kennst du den Menschen in- und auswendig. Und das ist echt heftig. Und TikTok ist ja so krass, also ich habe da ja auch schon viele Videos zu gemacht. Erst gestern Nacht lag ich hier im Hotelbett und ich habe, normalerweise meine TikTok-Page sind nackte Frauen und Videos zu irgendwelchen, die irgendwie related sind zu unseren Experimenten. So Online-Geld verdienen, weil wir manchmal danach suchen und so weiter. Und gestern bin ich irgendwie auf dieses Balenciaga-Thema gekommen. Kinderpornografie und so weiter. Balenciaga, nicht eine Klamottenmarke? Ja, genau. Die haben jetzt gerade einen riesengroßen Shitstorm. Ich habe mich jetzt auch nicht so viel damit beschäftigt, aber anscheinend sind dort pädophilen Bilder in der Werbekampagne abgedruckt. Die haben gerade ihr Profil auf Shutdown gemacht, keine Kommentare mehr zugelassen und so weiter. Und ich habe mir ein, zwei von diesen Verschwörungsvideos, wo glaube ich tatsächlich eine Menge dran ist, angeguckt und ich habe auf einmal nur noch solche Videos bekommen. Also das ging wirklich so, wirklich ein Balenciaga-Video, zwei, drei. Und dann war wirklich, du hast gescrollt, es gab nichts anderes mehr. Und ich habe heute Morgen die App aufgemacht und das erste Video war ein Update zum Balenciaga-Case. Also der Algorithmus hat sofort gesagt, okay, ey, das hat der Typ vor dem Schafen sich angeguckt, der will dir 100 pro wissen und Kanye West, was er dazu sagt und Kim Kardashian, die mit drin steckt und die Elite der USA und so weiter. Der Algorithmus ist so krass, dass er merkt, was dich gerade catcht und wirklich, also wenn ihr TikTok nicht habt, seid vorsichtig damit, weil dieser Algorithmus ist noch schärfer als der von zum Beispiel Instagram oder YouTube, aber du verbringst zehn Minuten auf der App und der Algorithmus weiß, was du brauchst, damit du nicht rausgehst. Andere Nummer, ich habe es selbst noch gar nicht getestet, aber bei Tinder zum Beispiel ging auch mal eine Weile lang eben viel Reads und so rum, dass du, wenn du die Tinder-App komplett abschießt, du machst sie auf. Das Erste, was du siehst, ist jemand, der dir wahnsinnig gut gefällt und das Zweite ist ein Like. Wenn du es dann wieder abschießt und wieder aufmachst, gleiches Spiel. Da gab es viele auch TikToks, wo ich das gesehen habe, so ja, ich habe Tinder gehackt, ich weiß, wie es funktioniert und so. Es macht aber Sinn, also dass du wirklich direkt gecatcht wirst mit quasi, ich sehe jemanden, der mir gut gefällt und danach sofort ein Like, also mache ich weiter. Das ist das gleiche Thema. Ich würde es gerne ausprobieren, aber ich bin ja leider lebenslängig gebannt auf Tinder. Kai, ich fand, das war ein sehr, sehr spannender Talk. Ja, jetzt wisst ihr, die bösen Machenschaften, ja, die Entwickler hinter der Apps, wie die ticken, eigentlich ein ganz sympathischer Mann an meiner Seite. Gehen jetzt gleich Steak essen, aber mit so diabolischen Fähigkeiten. Spaß, Kai, ich danke dir für deine Zeit. Checkt ihn auf jeden Fall ab, ist natürlich drunter verlinkt, hat Instagram mit sehr, sehr vielen Reels zum Thema Apps, Handy, Tricks und so weiter und auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo er selber ab und an Experimente macht. Unter anderem, gerade das Experiment kann ich mit einfacher Technik genauso gut aufnehmen wie mit professioneller, von dem wir da auf jeden Fall mal reinschauen. Bin sehr gespannt. Leute, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns bei YouTube in der Endcard und ansonsten für alle, die auf iTunes und Spotify zuhören, lasst gerne eine Rezension da, schreibt auch immer fleißig, was euch interessiert, welcher Gast soll als nächstes am Start sein und wir sehen und hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Das war es an dieser Stelle mit der Podcast-Folge. Kein Kaffee mehr, keine Jazzmusik, außer du hast selber welchen zu Hause und hörst welche. Ich würde mich freuen, wenn du natürlich diesen Kanal abonnierst, wenn du mir einen Like da lässt. Lass uns gerne in den Kommentaren diskutieren. Ich bin auch immer offen für Themenvorschläge und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr. Ach ja, bevor du jetzt wegschaltest, werde ich dir an dieser Stelle noch eine Folge verlinken, die dir vielleicht auch gefällt.